Freunde, es ist soweit. Die Version 2 der Sextus ist endlich fertig. Genau, mit oben liegendem Magnet-Taster. Das ist ergonomisch als das unten liegende Teil, das wir vorher hatten. Aber ich erspare euch jetzt weitere technische Details. Ich denke mal, es ist Zeit für den obligatorischen Dampftest. So, Liquid rein. Dann wollen wir mal eine Ziehung machen. Oh, yeah! Alter Verwalter! Ich würde sagen, das reicht mir. Jetzt muss mal jemand das Ding testen, der mehr Lungvolumen hat als ich.